Blubblub, der Blubblub ist da! Leute, heute was Tolles! Ich habe von Moritz Shisha-Shop aus Bottrop einen Shot bekommen, könnt ihr da jetzt mal sehen, der ist oben drinnen. Das ist von der neuen Chaos-Sorte Comic-Serie. Einmal Arabic Prince soll nach Waldbeere und Drachen vorschminken. Wenn ihr noch ein bisschen sehen könnt, seht ihr vom Schnitt hier, fein. Wie man es gewohnt ist immer von Chaos feucht ohne Ende. Ich habe soweit alles schon vorbereitet, heute mit meinem Diamant, meinem Tonkopf, dann kam hier auf uns drei Blech Kokos. Ich rauche vor euch an, dann könnt ihr sehen, wie die Entwicklung ist vom Rauchen und wie der Geschmack ist. Und dann geht's. So, ihr seht, nach knapp 5 Minuten nur, habe ich eine super Rauchentwicklung. Vom Geschmack schmecke ich die Waldbeeren, schmecke ich raus. Dann die Drachenfrucht, schmecke ich auch raus. Und was natürlich ungewollt ist, so eine Spermit-Note, obwohl er nicht drinnen ist, sondern eine frischende Note. Das finde ich sehr schön. Da schmeckt mir sehr guter Tabak, ist alles schön ausgeglichen von der Geschmacksrichtung. Und für 14,90 Euro 200 Gramm ist nicht so viel für den neuen Tabak. Das ist für mich eine klare Kaufempfehlung. Ein Top-Tabak. Leute, den kann man nur holen, den Tabak. Das war's auch für mich heute. Dann grüße ich noch den Abo-Java, meinen Administrator. Dann der Shisha-Drew. Dann den Moos vom Moos Shisha-Shop, der mir den Tabak zum Präsentieren mitgegeben hat. Und meine Abonnenten grüße ich. Dann besucht meinen YouTube-Kanal. Das wäre nett. Und liked mich. Da sage ich schon mal im Voraus Danke. Bis dann, euer Blümmermann. Ciao.